Die Menschen in Köln teilen etwas Besonderes. Ein ganz besonderes Gefühl. Die Liebe zu ihrer Stadt und ihren Menschen. Dieses Gefühl ist ganz einfach sichtbar zu machen. Und wer es einmal gesehen hat, entdeckt es plötzlich überall. Auf den Straßen. Bei der Arbeit. In jedem Einzelnen. Und in der Begegnung. Das Gefühl, das ein ganzes Leben verändern kann. Oder einfach nur den Moment. Das Gefühl von Freiheit. Und von selbstverständlichem Stolz. Das Gefühl, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein. Wir Kölner leben dieses Gefühl jeden Tag. Und einmal im Jahr zeigen wir es der ganzen Welt. Im Kölner Karneval.